Willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2, ähm, wir haben ja letztes Mal in der Aufnahme den, den Engelsschlüssel da gekriegt, oder das Teil davon, was auch immer, also, wenn ich in der letzten Folge, in der letzten Aufnahme halt, und sind da in der Welt rumgestratzt, ähm, und jetzt würde ich gern halt noch in der Welt der, 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 der Totenwelt da was machen, äh, bin ich da jetzt schon, oder bin ich da, hä, wow, 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 ich brauche mir eine Karte, Das verwirrt mich jetzt gerade sehr, warte, 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 was ist so, was ist jetzt was, Ödlicht, ne, ich will nicht mehr Ödlicht, ich will ins Reich der Toten, das ist korrekt, ah, da hinten, so, ähm, denn da gibt's auch noch einiges zu tun, aber wirklich einiges, ähm, mal sehen, wie dann heute in der Aufnahme, ob ich dann schon in das Dämonenreich dann gehe, oder nicht, ähm, fertig werde ich das in der Aufnahme noch nicht machen, Ist auch immer so, so komisch, die, die, die Zeitrechnung quasi, äh, für mich ist es halt die Aufnahme, und für euch ist es sowieso, dass theoretisch, wenn ich's nicht irgendwie gerade verplane, alle zwei Tage eine Folge kommt. Insofern ist es ja für euch, äh, mein konstanter Abstand wäre, ja, für mich, na egal, ich höre lieber drauf, äh, auf, drüber nachzudenken, drücke mir mein Mikro an und reite weiter. Ich kann natürlich auch gleich, äh, gucken, ob ich irgendwo hinreisen möchte, äh, zum Beispiel, ja, gucken wir erstmal hier, was war, also das ist jetzt erstmal so der nächste Ort, wo wir am besten von irgendwo hinkommen, so, bla, sub, quatsch, ähm, voll verplant und sonst sowas, aber das bin ich ja oft. Und deshalb gucken wir jetzt mal, erst mal da unten, unter der Brücke gehen wir jetzt mal lang, da war ich ja schon am Anfang, als ich hier im Reich der Toten war, mal. Ja, ich wollte's doch gerade wegschicken, und dann hat der, aha, so'n Arsch. Warum meine Stimme macht irgendwie in letzter Zeit immer voll schlapsvoll schlimm, äh, bin aber nicht erkältet oder ähnliches, deshalb kann ich mir da keinem Reim drauf machen. Lass los, tot! Einfach nur loslassen, da musst du noch nicht. Ähm, aber ich hab ja zum Glück ein, ein Getränk hier stehen, was ich dann ab und zu verköstigen werde, quasi, sodass meine Stimmbänder wieder etwas aufgefrischt sind. Und, zack und, zack und, zack und, zack. So, irgendetwas war doch hier. Ach, Quatsch, ähm, doch, da war ich dieser. Äh, wo ich denn nur mit zweien hingekommen bin, ne? Okay, das war ein super duper Wurf. Das hätte gar nicht besser laufen können. Ach, der will nicht, so'n Arsch. Äh, und dann probieren wir erst mal so. Ich höre dann, als ob ich da hoch galoppiere, ey. Dachte ich mir gerade mal so. Aber okay. Sowas kommt vor, schätze ich. Oh, verdammt, da war noch einer. Das habe ich leider jetzt verplant. Ähm. Aber ich frage mich jetzt nur, wie ich das Ding da hingeworfen kriege, weil das ist ja doch schon ein ganz schön weiter Weg. Aber ich glaube, ich versuche erst mal so, jetzt erst mal da hinzukommen, so, ne? So. Und diesmal nicht den auslassen, genau so. So passt das. Ach, ich war ja so oder so hier, aber zum Sprengen. Ähm. Wie komme ich jetzt am dümmsten hin? Jetzt bringt mir zum Beispiel auch nichts, jetzt einfach hier rüber zu gehen, weil... Okay, ich probiere es einfach mal. Wenn ich mich hier einfach mal schon mal versteinere. Quasi. Ja, ja, ist ja gut. Ob ich mir dann das zuwerfen kann, oder ob das dann auch zu weit weg ist. Aber vielleicht geht es ja mit dem Ziel gut. Ähm. Ich hoffe nur, dass ich so weit komme, ohne dass die Gestalt wieder entwechselt wird, quasi. Mal sehen, man es bildschwammig wird. Okay, das war schon ziemlich nicht so gut. Äh. Gehe ich mal ein bisschen weiter nach hier. Ich weiß jetzt echt nicht, wie weit ich komme. Das interessiert mich jetzt wirklich. Zumindest ein bisschen. Oder kann man das mit Portalen regeln? Das könnte natürlich auch sein. Stimmt, Portale kann ich ja jetzt auch schießen. Mittlerweile. Aber na, mal gucken, wie weit ich komme. Aber ich fürchte, ich komme nicht weit genug. Ne, eindeutig nicht. Hä, wie, 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 wie? Ich bin gerade... Oh, gucke mal. Na los. Ich treffe ihn. Ich treffe ihn schon noch. Jawohl, ich habe ihn erwischt. Huch, äh, doch. So, warte. Huch. Ach, Mano. Gehen wir den da. So. Och, Mano. Die nerven mich alle. Alle kommen eins zu mir. So. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich hatte es ja... Nein. Oh, ich bin so schlau. Warum drücke ich auch rechts? Wie kriege ich das Ding jetzt da hin? Da muss es doch irgendeinen Trick bei geben. Da bin ich gerade einfach nur zu blind. Ich meine, ich kann ja... Äh... Ich kann ja nicht laufen, wenn ich so ein Ding in der Hand habe, oder? Dann kann ich... Hu... Hallo. Oh, meine Güte. Weil ich noch Shift gedrückt habe, hat er es nicht genommen. Ähm. Ich glaube nicht, dass ich mir das einfach da jetzt in der Hand nehmen kann und einfach da rüberspringe. Das, äh... Wäre doch sehr komisch. Seht ihr? Das geht nicht. Bin ich jetzt wirklich so blöd? Ich fürchte ja leider schon. Hallo. Nee, warte mal. So war fein lassen. Ich meine, ich komme ja sogar rüber, aber... Oh. Okay. Nix gesagt, nix gesagt. Also... Komme ich da doch irgendwie hin. Ich habe da nämlich gerade ein... Ein inaktives gesehen. Genau, das wollte ich nämlich haben. Äh... Da hier. Erlösung. Jetzt muss ich ja nur kurz rüber. Erhole mir erstmal die Truhe. Ist ja klar. Und dann kann ich auch das Ding mitnehmen. Oh, hätte ich mir gar nicht so einen Stress machen müssen, wie... Wie üblich eigentlich. Eigentlich geht ja immer alles auf. Aber naja. Und nicht mal eine besessene Waffe. Na toll. So, her damit. Rüber da. Und schießen. So. War doch einfach. Ich hoffe nur, dass da nicht noch irgendwas versteckt war. Aber sieht tatsächlich nicht so aus. Ach, stimmt. Ein paar Seiten muss ich ja auch noch suchen. Ich glaube aber nicht, dass ich die zusammenkriege. Auch unmöglich. Ich kann nicht mal einen trinken. Knaps. Und so. So. Hätten wir den ersten Punkt schon mal abgearbeitet. Das war zugegebenermaßen auch der einfachste. So der kürzeste wahrscheinlich. Das andere. Also ich... Weiß nicht. Eigentlich müsste es noch mehr als eine Sache geben, glaube ich. Eine fällt mir auf jeden Fall noch ein. Weil ich da das eine Mal, als ich das gespült habe, voll ewig rumhingen, weil ich da noch nicht alle Fähigkeiten hatte. Und dann bin ich da drei, vier Mal hingelaufen, glaube ich. Letztendlich. Aber jetzt habe ich, glaube ich, alle, die ich brauche. Ich meine, ich kriege ja quasi noch ein Item, eine Fähigkeit. Blub. Theoretisch sollte ich das ja kriegen. Ich stelle jetzt natürlich nur Vermutungen an. Ja, natürlich. Aber da ich ja in jedem Dungeon oder für jeden Dungeon quasi ein neues Item gekriegt habe, denke ich mal, dass das eigentlich klar ist, dass man da was kriegt. Ich weiß es ja, aber ja. Und das brauche ich aber soweit ich weiß nicht. So, wo möchte ich hin? Da könnte ich mal überlegen. Aber erst mal zum Schluss nicht. Obwohl, da gibt es, glaube ich, auch noch was. Gut, dann gehe ich erst mal normal durch. Ich glaube, da gab es sogar noch irgendwas. Da beim Grab mal gab es, glaube ich, nichts mehr, oder? Nee, oder? Ich glaube nicht. Das weiß ich echt alles schon gar nicht. Ich bin jetzt voll nicht im Stoff wie immer, halt so, aber ja. Aber hier gab es auch irgendwo was mit dem Portal. Ich weiß nicht, ob es direkt schon hier war oder erst eins. Ah, wahrscheinlich erst eins weiter. Ja, stimmt, hier war ja das. Oder? Ach, ja. Na, keine Ahnung. Wird sich gleich zeigen, wo ich denn noch überall was tun kann und wo nicht. Da oben war ich, glaube ich, schon, ne? Würde ich jetzt mal stark behaupten. Und loslassen. Warte mal, muss ich nach... Ach, ich gehe einfach nach ganz unten. Ach, genau. Entschuldigung. Hier gab es ja auch noch was. Och, im Ernst jetzt. Das ist so gut, dass ich nochmal hergekommen bin. So, gucken wir mal. Was wir hier noch so erreichen können. Also, da links lang ist wahrscheinlich irgendwas. Ja, doch, gehen wir erst mal da links lang gucken. So, und wir stellen uns einfach mal hier drauf. Sollte da nicht theoretisch eins von den Leuten weggegangen sein? Ich werde es einfach mal ausprobieren. Das kostet ja nix. Ja, hat doch geklappt. Sehr schön. Und bis zur Truhe bin ich sogar auch gekommen. Ist zwar knapp, aber es hat geklappt. Das sieht doch mal wieder aus. Die besessene Sense. Yeah, das tut mir sehr gefallen. Ach, ich hätte einfach wieder zurückgehen können. Das wäre einfacher gewesen. Aber ich hätte es einmal die Sense hier angucken. Was kann die denn? Die ist wahrscheinlich irgendwie Stufe. Oh, 21 sogar. Ich dachte, wusste nicht, dass die dann gleich Stufe. Angepasst sind. Ach ja, hier habe ich auch was Neues gekriegt. Aber das ist eher unwichtig. So, dann verbessern wir die mal. Nicht unbedingt mit besessenen Gegenständen. Inferno-Schaden, Magie. Alles äußerst interessant. Das Ganze. Ja, ja. Heiß Schaden, Frostschaden. Oh, Zorn mal kritisch im Treffer hat die? Sowieso schon. Könnte ich natürlich draufhacken, aber dann ist die gleich von Level Up mit einer einzigen Sense jetzt. Huch, so. So, hier. Warte, was kann die Zaun bei kritischem Treffer? Dann mache ich erstmal die Chance auf einen kritischen Schaden höher. Ja, machen wir das mal. Dann packen wir einfach noch irgendwas hier rein. Mal sehen. Das da so. Genau, die will ich höher haben. Dann kann ich nämlich hier das da draufpacken. Gesundheit bei kritischem Treffer finde ich immer wieder gut. Sagt mir doch durchaus zu. In den kritischen Schaden könnte ich vielleicht auch höher machen. Muss ich mal gucken. Egal, ob wir erstmal hier jetzt fröhlich irgendeinen Scheiß da rein. Und ich, im Ernst jetzt, ich will die Gesundheit bei kritischem Schaden da jetzt auch mit reinkriegen. Gefälligst. Machen wir einfach hier mal drauf fröhlich. Alles mögliche hier rein. Ist ja egal, was jetzt. Mano, ich will das mit dem Gesundheitsquatsch da rein haben. So, hier noch rein. Und dann. Das noch rein. Mir doch egal. Schockschaden, Verteidigung. Ne, Verteidigung ist doch blöd, oder? Machen wir hier einen Schockschaden mit drauf. Ja, komm. Halalala. Das dann mit rein. Das da und noch. Disney da drauf. Kritischer Schaden, oder? Na, komm, machen wir hier. So, jetzt kriege ich nur Zorn bei kritischem Treffer. Das ist ja doof. Also nicht so optimal. Fangen wir das jetzt noch mit drauf. Obwohl, das hatte ich ja vorher sowieso schon drauf, ne? Keine Ahnung. Egal. Jetzt haben wir hier noch irgendwas, was vielleicht eventuell irgendwie was kann. Fangen wir erstmal die Kackdinger drauf. Die braucht sowieso keiner. Wenn wir schon so ein weißes Zeugs haben. Ja, das klang jetzt nicht falsch, nein. Fangen wir da noch drauf. Einfach so viel wie möglich, weil wir sowieso alles nicht brauchen. So. Ja, toll. Sind jetzt nicht so geil die Dinger, weil die mir ja Gesundheit pro Kill geben. Oh, die sind echt geil. Weil bei kritischem Treffer und pro Kill, das ist schon nicht schlecht. Aber ich mache natürlich, naja, so viel mehr Damage auch nicht. Aber ein bisschen. Aber, ja, Pech. So. Ähm, dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Warte mal, gucken wir mal kurz auf die Karte. Der Ausgang war wahrscheinlich da. Das heißt, da hinten kann ich nochmal gucken, was es da so gibt. Vielleicht gab es da ja sogar noch was. Weiß ich alles gar nicht mehr. Nicht war. Äh, aber ich bin mir fast sicher, dass es hier nichts weiter gab. Ne, gab es nicht. Du hast keinen Bock, das ganze Ritzel nochmal zu machen. Und, äh, ich glaube wirklich nicht, dass hier noch was war. Das kommt noch hinzu. Hier, äh, ist hier vielleicht irgendwie ein Stein oder so? Irgendwie nicht, okay. Dann eben nicht. Dann gehen wir einfach mal weiter. Jetzt doch endlich mal. So. An der Fall bringe ich vielleicht doch gar nicht mehr so viel Zeit hier, wie ich anfangs angenommen hatte. Könnte sein, dass es eben doch nicht so lange dauert. Ach ja, mein Nindfisch und Skelette. Level 13. Ui, putzig. Putzig, putzig. Aber ja. Da war ich auch mal. Aber ich bin stärker geworden. Haha. So. Ich sehe jetzt aber hier auch nichts weiter irgendwie so auf der Karte, was verdächtig erscheint, dass der eventuell was in der Nische sein könnte. Hm. Hier war, glaube ich, auch nichts weiter. Also, das habe ich, glaube ich, alles schon, oder? Bin mir nicht ganz sicher, aber... Könnte durchaus sein. Ach komm, gehen wir einfach mal hoch. Schaden tut es ja nicht. So, wie komme ich da hoch? Hier und da. Da, 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 da. Und dann gucken wir mal. Na, nach oben. Aber ich habe ja auch schon alles freigesprengt. Ich glaube, da komme ich eigentlich nur da oben raus, ne? Wo ich dann, äh, den Strahl umlenken soll und so. Obwohl, das war hier, ne? Das war hier. Na, mal gucken. Aber hier habe ich ja... Ja, hier habe ich sowieso schon alles. Das ist ja klar. Ne? Das ist ja mal wohl sowas von klar. So. Ach, sogar noch mehr fallen lassen. Meine Güte. Immer weiter runter, nachdem ich so stark aufgestiegen bin. Oder so. Achso. Hat geklappt, yeah. Aber, das war es auch schon. Okay. Hier haben wir auch schon alles. Na, ich gehe lieber jetzt mal ein bisschen systematischer vor. Genau, ich bin systematisch. Ahaha. Nein, aber, äh, damit ich wenigstens ansatzweise ein kleines System hier drin habe, reiten wir nochmal alle um. Na doch nicht. Doch, nur ausgewischen. War alles mit Absicht. Genau. Er hat auch was mit Fleisch gesagt, aber mir egal. Ich bin doch auch nur Haut und Knochen. Also, und Magie. Und grüner, äh, äh, Dunst, Nebel, Quatsch. Bams. So. Ähm. Und zwar, genau hier wollte ich hinein. Da bin ich ja schon ein paar Mal vorbeigelaufen. Ich meine, da hätte ich wahrscheinlich mittlerweile auch schon länger mal was machen können. Äh, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das letzte hier verbrauche. Wahrscheinlich sogar nicht mal. Aber hier, hier braucht man halt zwei, drei Sachen. Na, ich dachte schon, die Ecke sah irgendwie gerade so ein bisschen verdächtig aus, aber denkst du, Puppe. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, lass ich runterfallen. Ich darf wahrscheinlich nicht ganz runterfallen, denn bin ich wahrscheinlich tot. Ja, hier ist ja auch schon ein Ende. Hier vielleicht noch was, okay. Da ist doch eine Truhe, okay. Ich wusste doch, dass hier irgendwas versteckt ist. Jetzt war ich leider zu unaufmerksam. Da ist er doch. Na gut, ist jetzt nicht so der weite Weg. Das kann ich noch verschmerzen. Mach auf! Unmöglich! Echt mal nur Tränke? Was soll das denn? Ich bin noch der 8. Ich bin auch schlau. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch der Meister des Lebens und blablub und ich hätte natürlich nochmal an den Holzbalken hochklettern müssen, aber naja, ich bin ja auch so lange gekommen. Wer ausguckt, der Wache. Hallihallöhrchen. Wenn du mal schon Level 15, das heißt, man hätte ja erst ein bisschen später. Okay, man kommt sowieso erst ein bisschen später. Nach Story her. Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätten wir sowieso erst theoretisch später hingesollt. Gehe hier einfach mal von aus. Bin jetzt vielleicht ein bisschen zu spät, aber das kommt schon mal vor. Meine Güte, ihr macht aber auch ein Krach, Leute. Kein Wunder, dass ich euch zu Brei hauen muss. Auf freundliches Zusprechen reagieren sie irgendwie nicht. Ich meine, ich versuche es jetzt mittlerweile gar nicht mehr, weil, ja, ihr guckt euch die an, bei denen ist Hopf und Malz verloren. Das Siegert sowieso nur durch. Zum einen nur rein, zum anderen wieder raus. Genau das. So, und nicht anders sind die Skelette doch. So, ach, da ist doch nur eins. Kaboom. Oh, noch eins? Im Ernst, ihr nervt mich einfach alle nur? Oh, ihr nervt. So. Ach, da hinten kommen jetzt auch noch mal ein paar bestimmt. Oder direkt hier. Halli Hallöchel, mein Freund. Schön, dass du da bist. Kannst vielleicht wieder gehen. Ich mag hier keiner. Frohe denn noch überall, ey. Ja gut, da hinten in der Ecke sowieso, da war ich noch nicht. Da ist wieder nur eine Fährmannsplakette. Nicht mehr. Mann, ich will ein paar Seiten. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das vierte Kapitel überhaupt vollständig kriege. Hatte ich zumindest bisher noch nie. Deshalb weiß ich gar nicht, wie es in dem vierten Grab mal da aussieht oder was auch mal das dann immer ist. Schon traurig eigentlich. Ah, praktisch kommt gleich noch einer raus. Direkt nachgeschoben. So. Noch mehr, im Ernst? Nee, ich glaube es war nur der Schrei des Sterbenden. Vielleicht? Weiß ich nicht. Egal. So. Da haben wir eine Seite. Ach nee, ein Relikt. Aber auch nicht schlecht. Mit einem Relikt kann ich auch noch leben. So, als erstes machen wir das einfach so kaputt. Das hätte ich schon von Anfang an machen können. Aber das wollte ich nicht. Oh, hier gibt es Waffen. Sehr schön. Noch mehr Waffen, noch mehr Waffen. Sogar blaue. Orange wären wir zwar lieber gewesen, also am liebsten, aber nur Lebenstränke im Ernst. Wie langweilig. So, und jetzt ist nämlich das, wo ich dann immer ewig rumprobiert habe. Ich glaube, das ist jetzt hier schon. Ehe ich dann überhaupt mal... Also ich glaube, ich habe das dann tatsächlich sogar ohne die Fähigkeit geschafft. Werdet ihr gleich sehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich das ewig versucht, das hier wegzuspringen. Indem ich einfach immer von unten hochgeworfen habe. Aber man kann das ja eigentlich ganz viel einfacher machen. Ne? Wozu kann man sich denn spalten, damit man nicht mehr alleine ist und mit sich fangen spielen kann? Aber ja. Das habe ich halt... Ich habe das ewig probiert, das da zu werfen und so. Das war schon ziemlich nervig. So. Äh, dann wechseln wir mal kurz. So. Das ist allerdings nicht der... Der Höhepunkt quasi. Äh, das einzige, wo man das hier machen muss. Aber... Ja, weil... Weil da oben ist auch nochmal. Ich glaube, ich habe das dann... Das... Wo ich dann hier da hochgeworfen... Habe ich einfach nur hochgeworfen. Aber das kann man sich ja auch, äh, zuwerfen. Warte, ich zeige es euch mal kurz. Hoffentlich treffe ich nochmal. So. Dann wechseln wir mal. Obwohl, Quatsch, wir wechseln noch nicht. Wir gehen jetzt mal wieder rüber. Ich hoffe, der, äh, dass ich nah genug dran bin, dass ich einmal... Ach, klar. Aber klar doch. Ich komme hier einfach rum, ohne wieder zu entschmelzen quasi. Ist doch alles kein Problem hier, ne? Alles kein Problem. Und daher wäre jetzt hier zum Beispiel auch schlecht, wenn es wie im ersten Teil gewesen wäre, dass man, ähm... Dass die Bomben nach einer Zeit selber explodieren, wenn es nicht gerade inaktive sind. Ähm... Was hier jetzt im Glück nicht mehr so ist. Macht das natürlich alles ein bisschen leichter. Okay, aber das scheint wohl nicht gerade so zu gehen, wie ich es mir dachte. Okay. Muss ich jetzt doch einfach so hochwerfen? Nee, oder? Nee, das kann ja jetzt nicht sein. Ich weiß noch, ich habe mich ewig hier abgeplagt, das hochzuwerfen. Ich habe es, glaube ich, auch dann irgendwie geschafft, aber... Oh, warte mal. Das könnte sein, dass ich jetzt schnell sein muss. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Es könnte nämlich sein, dass ich jetzt dann einfach, äh... Einfach nur weitergebe. Oder, warte mal. Kann ich auf der Kerze... Ja, runter. Okay, ich kann nicht auf der Kerze stehen. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Ist hier irgendwie eine Plattform oder... Aber irgendwie nicht, nee. Okay. Oh. Oh. Okay, ich habe es mir wieder ein bisschen zu schwer gemacht, aber... Naja, komm. So was kommt schon mal vor. Kann ich ja nie gleich sehen, dass ich mir da gleich wieder in der Ecke was zuwerfen kann. Ich würde es erst mal wieder umständlich versuchen. Und nur noch treffen. Und ich habe getroffen. Wey. Ich kann richtig gut zielen, auf jeden Fall. So. Und kaputt das Ganze.